Liebe Freunde, wir sind zurück in kriegerischen Zeiten hier in Europa und um uns herum passiert ziemlich viel und so einiges knabbert immer weiter an der Macht von Lübeck. Eine Sache, die ich ein bisschen aus den Augen verloren habe, ist dieser Krieg hier. Ihr erinnert euch, Münster hatte Friesland angegriffen. Und wir hatten ein bisschen Angst bei dieser Geschichte, ob Friesland nicht möglicherweise eine Provinz dazugewinnen könnte. Jetzt sieht es eher so aus, als ob Münster Friesland erobern könnte. Zumindest stehen sie hier und haben das Land eigentlich auch schon besetzt. Ich weiß gar nicht, worauf die jetzt noch warten. Die haben 100 Prozent. Also die Sache könnte mit Friesland jetzt schnell vorbei sein. Was war eigentlich der Kriegsgrund hier? Krieg mit Friesland. Ja, tatsächlich, Eroberung. Also das sieht ganz so aus, als würde Friesland möglicherweise von der Landkarte erstmal wieder verschwinden. Ich meine, es ist kein riesiger Handelseinfluss. 4,5, aber ärgerlich schon allemal. Immerhin war es ein Liga-Mitglied. Ich finde es auch irgendwie doof. Ach ne, wartet mal. War Friesland überhaupt? Die waren... Die waren schon lange... Wieso waren die eigentlich nicht in unserer Liga? Hm. Das ist eine gute Frage. Naja, das ist aber vielleicht eine Gelegenheit, wenn das jetzt klappt, dass wir sie wieder zurückholen können, indem wir sie wieder befreien mit einem Krieg gegen Münster. Das einzige Problem ist Ferrara und vielleicht der Livonische Orden. Da muss uns Schweden natürlich helfen. Möglicherweise auch Preußen. Das wäre auch ganz cool, aber da haben wir noch nicht so ein hohes Vertrauen. Na gut. Aber gerne würde ich ja auch erstmal die Universität erleben und die Pläne mit der Entwicklung. Na, mal schauen. So. Böhmen hat Sachsen als Rivalen. Oh, wir haben einen geschädigten Ruf. Was ist hier los? Eine Art Propagandatext zirkuliert am Ruf, der Thomas Backe als machthungrig darstellt. Das könnte unsere Beziehung zu anderen Nationen schädigen. Hm. Okay. Oldenburg ist erstmal soweit und es ist am Wahltag geschehen. Also das hat, muss ja wirklich, das muss ja einen direkten Zusammenhang haben. Die Frage ist, wie agieren wir denn jetzt? Wollen wir das von der Wahl erstmal abhängig machen? Hm. Wir gucken mal. Backe hat ja jetzt reduziert schon, weil es jetzt schon die zweite Periode ist. Also eins und zwei wäre eine Wiederwahl. Und tatsächlich eine zwei. Uiuiui. Ein Mann, der drei Legislaturperioden erleben wird. Wir behalten ihn auf jeden Fall. Wir verlieren dadurch republikanische Tradition. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Stärkung ihn dazu verleitet, hier ein bisschen radikalere Maßnahmen durchzusetzen und jemanden hinzurichten. Ich glaube, jetzt mit dem Rückenwind fühlt er sich, glaube ich, ziemlich mächtig. Und vielleicht ist er ja auch machthungrig, wie er dargestellt wird. Also, es wird jemand hingerichtet. Wir verlieren dadurch Stabilität. Gut. Damit müssen wir leben. Wobei ich gemerkt habe, dass eine Zweierstabilität natürlich eine feine Sache ist. Gerade auch mit Blick hier auf den Eifer. Weil wenn man Stabilität 2 hat, dann ist man im Frieden, hat man eine positive Änderung. Das heißt, man kann laufend hier sowas aktiv haben. Das ist schon eine feine Sache. Nun gut. Aber auf jeden Fall wird es spannend werden, welche nächste Eigenschaft sich der Bagger jetzt hier, also wie er sich jetzt hier weiterentwickelt. Achso, es gibt übrigens eine nette Gelegenheit oder Möglichkeit, hier als Handelsmacht Diplomatiepunkte aufzugeben, indem wir einfach den Merkantilismus fördern. Das ist immer gut für uns. Und so kommen wir nicht an die Grenze und können schön abwarten, bis die Universität fertig gebaut ist. So. Dänemark ist administrative Monarchie. Hier gibt es ein paar neue Herrscher. Die Kölner gestatten uns den Zugang. Okay. Pommel hat Hamburg als Rivale. Das ist nicht so schlimm. Wir müssen noch mal nach Köln gucken. Nach Köln sage ich schon. Nach Köln. Am 1. Januar. Wie passend. Wo wir jetzt hier weiter Beziehungen verbessern wollen. Danzig auf jeden Fall als nächstes dran. Danzig ja unheimlich wichtig auch für uns. So. 150 Tage noch. Ach, darauf warte ich ja jetzt echt so ein bisschen, bis die Universität gebaut ist. Aber was, warum schließen die hier keinen Frieden mit Friesland? Ich verstehe es nicht ganz. Sachsen hat jetzt ein Bündnis mit Dänemark. Okay. Und unser General ist tot. Oh. Da ist auf jeden Fall klar, wir brauchen einen neuen Mann. Wir haben gerade so die militärische Macht dafür. Machen wir das mal. Mal gucken, wer jetzt unsere Truppen anführt. Es ist Otto Filter. Ah, jemand wieder aus dem, aus der Filterfamilie. Ja. Auch gar kein so schlechter. Auch gar kein so schlechter. Wobei es natürlich ein Stern auch nicht so wirklich doll ist. So, was gibt es jetzt? Es gibt hier immer mehr Unruhe. Möglicherweise übertreibt es wirklich Thomas Backer mit seiner Macht, mit seinem Machtgier. Trotz Lübecks fraglosem Schwerpunkt auf den Handel behaupten viele der prominentesten Händler nun, dass der Syndikus sich weigert, ihnen Gehör zu schenken und stellen andere Interessen vor, die derer, die unser Land reich gemacht haben. Einer der Kaufleute, auf den wir uns für unseren internationalen Handel stützen, hat gedroht, überhaupt nicht mehr mit der Republik zusammenzuarbeiten, obwohl wir sicher sind, irgendwann zu einer Übereinkunft zu kommen. So wird diese Sache doch unsere Zusammenarbeit stören, bevor sie beigelegt werden kann. Unkooperative Händler, minus 15 macht die nächsten drei Jahre. Das wird Geld kosten. Mal gucken. Wir haben jetzt Einnahmen von plus 8,3, jetzt plus 7,51. Nun gut. Wie läuft diese Geschichte hier unten? Ja, da haben wir es. Tatsächlich. Also die volle Annexion ist gefordert. Münster, Münster, Münster. Wie sieht es denn aus? Österreich? Ja, richtig. Natürlich. Als Kaiser... Oh, nee. Also vielleicht mit Venedig würde ich es vielleicht noch aufnehmen, wenn uns die Schweden helfen. Aber gegen Österreich können wir diesen Krieg nicht führen. Aber ich meinte, ist das nicht Reichsgebiet? Müssen die das dann nicht vielleicht wieder abgeben? Wird Österreich das nicht ver... Ja! Ich lache mich tot. So, jetzt. In Handelsliga einladen. Warum geht das nicht? Ach, die sind in der... Handelsliga von Genua. Warum waren die jetzt so schnell? Das können die doch... In dieser Sekunde erst gemacht haben. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Riga beendet Handelsmachtsabkommen mit Schweden. Kann das sein, dass die sich da... aus dem Bündnis rauslösen? Das wäre cool. Ja, hier. Frieksland Handelsliga. Wie ärgerlich. Wie ärgerlich. Wieso waren wir da zu langsam? Ich verstehe es nicht. Und diese Geschichte, das Bündnis mit Schweden, hält aber immer noch an. Da hat sich nichts geändert. Naja. Hm. Gut. Die Mecklenburger spionieren weiter gegen uns. Und... Gleich ist es soweit. Kölner übrigens auch. Die Universität ist gebaut worden, Leute. Yeah! Sie ist fertig. Komm. Die bewundern wir jetzt erstmal. Die bewundern wir. Da haben wir sie. Prima. Und jetzt können wir hier was tun. Wir bezahlen jetzt nur noch 95. Anstatt... Ich glaube, irgendwie bei 115 war das. Sehr schön. Und jetzt werde ich mindestens 4... Oh. Jetzt will ich mal vorher nochmal eine andere Sache angucken. Sachsen-Launenburg ist jetzt bei 100%. Mal gucken, inwieweit sich da was verändert. Durch diese Geschichte. Relative Stärke. 100%. Ja. Mal sehen. Also, wir werden mindestens 4 Punkte hier hochgehen. 1, 2, 3, 4. Damit können wir einen neuen Gebäudeslot haben. Und... Gucken mal. Ob das jetzt direkte Auswirkungen hatte. Hat er erstmal keine. Es ist wirklich minimal. Von 100 auf 99. Also, die Entwicklung bringt offenbar Quoanix. Doch. Halt. 97. 96. Ja, 4% hat es jetzt gebracht. Pro Entwicklungspunkt 1%. Hm. Das ist jetzt nicht gerade berauschend. Aber vielleicht können es nochmal die entscheidenden Prozentpunkte sein. Wir können das ungefähr zumindest jetzt einordnen. Wir gucken jetzt mal nach Lübeck. wie es aussieht, wie es aussieht, was wir jetzt hier vielleicht bauen könnten. Eine Kirche für Steuereinnahmen. 40%. 40%. Hm. Die ist vielleicht nicht schlecht, aber so wirklich viel ist das auch nicht. Das würde vielleicht... Ach nee, die haben wir schon. Das geht gar nicht. Wir können eigentlich, glaube ich, nur diese Schiffsausstattung-Manufaktur bauen. Oder ein Dock. Um mehr Seeleute zu produzieren. Das ist doch auch nicht so toll. Ach so, ein Gericht wäre noch möglich. Das brauchen wir aber überhaupt nicht. Autonomie und Unterhalt. Ist auch alles Quatsch. Hm. Also so richtig überzeugend ist das nicht. So richtig überzeugend ist das nicht, was wir hier im Moment bauen können. Ja, außer die Schiffsausstattung-Manufaktur. Die bringt auch Handelsgüter plus eins. Das ist echt ein minimaler Effekt. Finde ich wirklich ziemlich unbefriedigend. Das andere haben wir alles schon. Ja, die Werkstatt natürlich noch. Die 0,29 Einnahmen bringt. Das ist auch traurig. Halt, was ist hier? Ach so, ja, das Dock. Ja, ich weiß nicht. See, Leute. Hm. Das ist irgendwie auch nicht unser Problemchen. Also, ich lasse das erstmal nochmal offen. Das ist jetzt nicht wirklich... Das bringt uns jetzt nicht wirklich viel weiter. Aber natürlich die Entwicklungsgeschichten, die sind schon ganz gut. Hier wollen wir natürlich noch weiter herauskommen. Als 40, das ist ganz klar. So, wir können überhaupt mal hier gucken. Äh, das ist schon wieder auf 98%. Hat das Auswirkungen... Ja, das hat ein bisschen Auswirkungen auf unser Einheitenlimit. Ich denke, wir können immer drei über dem Durst sein. Das heißt, wir werden ruhig nochmal nachlegen. Ich baue ruhig nochmal eine Kavallerie. Und dann wollen wir mal gucken, was das nochmal für Auswirkungen hat. Und dann können wir uns langsamer damit beschäftigen, hier die Beziehung zu verbessern. Wir könnten plus 30 haben. Das reicht noch Ewigkeiten nicht. Also, da müssen wir noch wirklich viel, viel warten. Ehe dieser Malus da weg ist mit dem Markstatus. Also, über 190, da können wir noch erstmal noch von träumen. Das ist weit weg. Das ist weit weg, Leute. Was ich aber erstaunlich finde. Österreich und Schlesien, die machen ihre Sache hier erstaunlich gut. Wer hätte das gedacht? Das habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet. Wie kommt das denn? Ist noch jemand da auf Seiten von Österreich im Krieg? Wir haben erstmal Korruption. Wenn die falschen Männer in ihr Kabinett aufgenommen werden, kann dies für das Land schlechte Neuigkeiten bedeuten. Inflation oder Steuern, das werden wir mal mit dem Würfel entscheiden. Da gibt es, glaube ich, jetzt keine Präferenz. Ja, die Inflation soll steigen. Zwei. Oh, das ist eine Menge. Da müssen wir vermutlich sogar gleich gegensteuern. Okay. So, ich wollte, glaube ich, gucken, wie das jetzt hier mit diesem Krieg hier aussieht. Hallo. Kannst du mal Österreich, bitte, mir zeigen? Jetzt. Wie schaffen die das, bitte? Schweden mischt mit Polen, Litauen. Sind die so schwach? Hm. Schaut mal. Also, was ist mit Polen, Litauen los? Die sind ja völlig hilflos gegen die Österreicher. Und die Schweden mischen offenbar auch nicht richtig mit. Ist ja nicht so schön anzuschauen, wenn ich daran denke, dass Schweden auch unsere Verbündeten sind. Naja, Brandenburg garantiert jetzt auch noch die Unabhängigkeit von Rest Schlesien. Also, erst mal sich zwei Provinzen einverleiben und dann mal ganz großkotzig diese letzte Provinz die Unabhängigkeit garantieren. Das ist auch nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. So, wie sieht es eigentlich unten aus mit den Osmanen? Die führen souverän gegen Venedig. Insofern ändert das hier nichts an dieser Situation. Ja, Frankreich-Osmanen wären problemlos mit drin im Krieg. Und auch hier ändert sich nichts. Achso, das ganze Problem war ja auch schon erledigt. Warum gucke ich mir Münster an? Ist ja Quatsch. Brandenburg hat sich auch nichts geändert. Da ist Bremen weiter mit dabei. Das wollen wir auf keinen Fall riskieren. Dann ist es, wie es ist. So. Er ist fanatisch. Und zwar im religiösen Sinne. Gut, dass wir die Sonntagsschulen eingeführt haben. Thomas Backe, okay. Erhöht nochmal die Missionarsstärke, die wir ja überhaupt nicht brauchen. Widerstreitende Fraktionen. Militär befürworten verschiedene Taktiken. Wir müssen eine davon unterstützen, um das Gezänk zu beenden. Entweder Angriff oder Verteidigung. Ich glaube, da gibt es im Charakter unseres Bürgermeisters auch keinen Fingerzeig. Deswegen mal schauen, wie er sich entscheidet. Er ist eher ein Freund der Verteidigung. Die Forst sind unsere Stärke. Für die nächsten zehn Jahre haben wir eine erhöhte Festungsverteidigung. Gut. Also er ist jemand, der sich einbunkert in der Hinsicht. Alles klar. So, wie sieht es jetzt aus mit der Ein-Kavallerie mehr? Ja, das hat wahrlich nicht so viel gebracht. Auch hier sind wir bei 96%. In Danzig sind wir am Limit angekommen. Und wir haben 70 Spionage-Punkte hier in Holland gesammelt. Was können wir denn damit jetzt mal anfangen? Wir können die Kaufleute verleumten. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir machen jetzt mal so einen kleinen Handelskrieg. Weil wir schon aktiv nicht so richtig was unternehmen können. Und jetzt gucke ich gleich nochmal, wer ist jetzt der Nächste in der Liste? Memel. Da werden die Beziehungen verbessert. So. Wir sind aber immer noch ganz schön vor der Zeit. 25%. Noch kein Grund, glaube ich, hier zu investieren mit den Machtpunkten. Das warten wir noch ein bisschen ab. Und beide Vasallen etablieren hier Spitzel-Netzwerke in unsere Richtung. So, Trier, separatfrieden mit Polen. Also, das ist echt überraschend. Also, dass die Österreicher hier so einen Sieg davon tragen. Und obwohl, hier, schaut mal, hier sind riesige Armeen. 70.000, 80.000. War Polen noch in einen anderen Krieg verwickelt? Ich verstehe das nicht. Was haben die gemacht? Jetzt kommen sie erst. Wo waren die denn? Auch die Schweden hier. Wo haben die sich rumgetrieben? Völlig unverständlich. Frankreich hat Anspruch auf den Thron von Ferrara erhoben. Okay. Das ist natürlich jetzt eine... Alles klar. Das verrückt jetzt weiter das Mächteverhältnis hier in Italien. Das wird Spanien nicht sehr befreuen. Interessant, interessant. Ferrara hat Luca den Krieg erklärt. Ja, kleiner Einprovinzler. Haben die irgendwelche Bündnispartner? Ostfriesland, Schweiz, Trier, Genua. Genua, vielleicht ganz interessant als Unterstützung. Ich hoffe, Ostfriesland wird das nicht schaden. Und die Mecklenburger sind jetzt tatsächlich protestantisch geworden. Was, wie gesagt, nicht wirklich was an der Beziehung verbessert. Oder hatten sie vorher ein Minus 40 Malus? Könnte sein. Bin mir nicht ganz sicher. Bin mir nicht ganz sicher. Wie ist das denn, wenn wir nochmal auf eine Katholische... ...deregen gucken? Ne, auch nur Minus 20. Wie kam ich denn auf die Minus 40? Hier. Hier, bei diesem Meinungsbild. Aber warum hat Lauenburg Nachbar mit Ketzerischer Region in der Religion Minus 40 und Mecklenburg Minus 20? Was haben die denn für eine Religion? Die sind auch protestantisch? Das ist ja ulkig. Sehr merkwürdig. Das hat offenbar andere Auswirkungen dort. Keine Ahnung. Na gut. Es ist, wie es ist. So. Eine neue Doge ist dort. Und wir haben 1620 erreicht. Moral plus 10% ist natürlich interessant. Im Krieg könnte man im Zweifel wechseln, falls es nötig wird. Und jetzt haben auch die Dänen uns in den Verruf gebracht. Unsere Kaufleute. So. Bei plus 15% sind wir. Ich denke, auch hier noch kein Grund, übermäßig zu investieren. Wir sind immer ein bisschen sparsam. Auch mit unserem Einfluss und unserer Macht. Polen ist nicht mehr Großmacht. Okay. Gut. Also hier wird Polen vermutlich weiterverdienen. Keine gute Zeit für Polen-Litauen. Erstaunlich überhaupt, dass das Bündnis noch immer Bestand hat. Bei diesen ganzen Krisen, die sie hier durchlebt haben. Und was ich auch interessant finde. Preußen hat noch überhaupt gar keine Ambitionen gemacht, irgendwas zu erobern. Da haben sie eine wirklich schlagkräftige Armee mit einer fantastischen Anführerin. Es ist immer noch Magdalena. Aber sie tun nichts. Sie tun nichts. Verbessern Beziehungen zu den Osmanen. Und das war's. Wahrscheinlich suchen sie so wie wir den perfekten Augenblick. Wo sie irgendwie eine ganz tolle Gelegenheit ergreifen können. Alles klar, Leute. Okay. Jetzt sind die Dänen auch noch am Start. Und unterstützen Sachsen-Launenburg. Also jetzt wird's natürlich langsam fett. Die Dänen sind im Bündnis mit Sachsen. Also ich glaube, jetzt werden wir mal ein... Jetzt werden wir mal ein Exempel statuieren, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Wir werden gegen Dänemark diesen Krieg führen. Und ich bin mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Ach, warte mal. Nee, dann wäre Österreich wieder mit im Spiel. Das geht natürlich nicht. Oh Gott, schon Schweden und Preußen. Nee, wir werden das so machen. Wir werden Dänemark den Krieg erklären. Und dann bin ich mal gespannt, ob das so funktioniert, wie ich mir das denke. Dass wenn man so einen Krieg gewinnt, haben wir überhaupt einen Kriegsgrund? Ja, irgendwie schon. Das sind reine... Nee, wir werden Rivalen erniedrigen, glaube ich. Und wenn das genügt als Kriegsgrund und als Frieden, dass sie dann diese Erklärung wieder zurückziehen, dann wissen wir zumindest, dass das hundertprozentig funktioniert. Dass wir es zumindest theoretisch auch mal irgendwann gegen die Niederlande anwenden können. Und dann muss irgendwas anderes geschehen mit Sachsen-Launburg. Das kann nicht so weitergehen. Also, es wird ernst. In der nächsten Runde bis dann. Macht's gut, euer Steinballen.